Hey, hallo! Ich bin Ronja und willkommen zu einer neuen Folge von Diversity. Wir haben letzte Folge die komplette Adventure-Branch gemeistert und machen uns jetzt heute weiter an eine Map, die ich besonders gut kann. Was ich schon damals in meinem Junge vs. Mädchen-Video Teil gegen Tops gemacht habe. Dropper-Maps. Sie sind mein persönlicher Favorit und ich würde sagen, ich habe eine Stärke dafür. Also reden wir nicht lange um den heißen Brei-Raum, sondern fangen gleich an. Alles klar, wir können ja mal eine kleine Rundführung machen. Einmal bitte mitkommen. Einmal bitte nichts anfassen. Alles klar, ist der Tourguide. Wie sieht es denn mit dem Blauen aus? Oh nein, ich habe mich geschubst. Was? Dropper werden sich, glaube ich, frei. Dropper, alles klar, dann auf geht's zu Dropper. Du musst durch hier hoch und dann noch den Schleimblock. Also du musst ganz rauf. Siehst du es? Das ist gerade witzig. Die Art, wie du auf jede Insel kommst, ist halt wirklich, was die Branch ist. Los, Flo. Spring. Leute, was ist, wenn wir es nicht schaffen? Müssen wir alle auf den Schleimblock? Ja, das ist nicht so einfach. Oh nein, das klaut gerade. Okay. Oh nein, hier ist ein Spenser. Hier ist ein Buch. Oh, oh, hier, wir müssen Wolken ausmachen, Wolken ausmachen. Du kannst sprinten, während du feilst. Okay, das ist gut zu wissen. Ich bin nämlich kein Jopper-Experte. Huch, hier ist grün. Hä? Komm ich denn hier hoch? Das gibt dir Champoos. Ja, ich kriege es nicht hin. Ich bin oben, ihr müsst ganz rechts lang. Was ist das? Oh, was ist das? Oh, wir fallen, wir fallen, wir fallen. Oh, dust das hier. Wir fliegen. Oh, was ist das? Du hast uns in den Jopper reingeworfen. Ich? Jump here to drop. Oh, oh nein. Oh, warte, wir sehen gar nicht, wie es... Ach, nö. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Oh, das ist richtig sick. What? Wenn ihr weiß noch, wo wir... Allerdings, das... Ja, ich weiß noch, wo wir... Weißt du, wo wir hin müssen? Nö. Ich glaube, wir müssen ins Wasser rein, oder? Das sieht so fancy aus. Wir müssen unten ins Wasser rein. Ich bin so... Ich seh's. ...meint. Hallo? Wie kommen wir denn in das Wasser da unten rein? Ganz einfach. Wir müssen in der Mitte durch und dann... Es fühlt sich so merkwürdig an, weil ich... Nein. Eigentlich falle, aber ich... Hey, wie komme ich denn da in das Wasser? Also... Du musst an der Wandstranne runterfallen. Und dann... Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Aber wie komme ich denn runter? Ganz in der Mitte, zwischen die Autos durch. Ja, genau. Und dann... Siehst du's? Ich seh das Wasser. Klar seh ich das Wasser. Ich bin nicht blind. Aber wie komme ich in das Wasser? Einfach rein. Mit dem Falldosten. Du musst nur nach dem Eisengitter nach hinten tun. Warte. Hä? Das ist schwer. Oh mein Gott. Also nach unten drück ich S? Oh, das riecht. Oder welche Taste drückt ihr? Ja, S. Ja, ich weiß. Wo müsst ihr hin? Super leid, jetzt bin ich gegen das Auto gefahren. Hui. Das geht nicht. Oh ja. Broken Bones. Richtig, Ronja. Acht. Gebrochene Knochen. Pssst, doch. Okay, Ronja, weißt du? Mhm. Hier ist eine Melone. Die kannst du platzieren hier. Oh. Oh, da hab ich's wohl geschafft, huh? Ja. Guck, eins schwarz ist jetzt. Das war bei der Seite. Ronja, du bist ja richtig gut. Ich bin richtig gut im Dropper. Ich hab halt noch keinen einzigen geschafft. Nicht bewegen. Wir können hier in einen Dings reingehen und dann in Richtung Dropper sprengen und dann aktivieren wir's. Hä? Versteht ihr's? Oh nein, was ist das tust du denn da? Du schmeißt den einfach runter. Das ist die Levelauswahl. Schau mal, wenn du zum Boden springst, dann geht das auf. Ja, aber du schmeißt den einfach runter. Das ist doch... Nein, das war der Dropper. Der saugt dich quasi auf. Mann, doch nicht. Okay, das ist einfach das Level. Okay, weißt du was? Das kann sogar Ronja schaffen. Das ist ein Level, das ist unmöglich. Guck's geschafft. So, das ist so ein Level, wo ich mich runter jump and runne. Das ist wirklich super einfach. Das warst du gerade riesig. Ja, ich seh das nicht. Aaaaaaahhhhhh. Oh nein. Du musst in diese Flasche hier rein. Ich glaub, das ist ne Art Mountain Dew Level. Ich meine Flasche, ich seh... Oh, das ist ein Mountain Dew. Das ist ne Doseflug, keine Flasche, du Flascher. Das ist ne... Okay. Jetzt mal ohne Mist. Unironically. Wer hat Spaß an Dropper? Ich hab ne Axt gefunden. Das ist schön für dich. Ich find Dropper geil. Aber das ist nicht Mountain Dew, da ist ein Geh drauf. Das ist dann wahrscheinlich ein G-Fuel. Ne, das ist ein, du da. Seid ihr eigentlich schon unten? Slicing, es ist slime. Seid ihr eigentlich schon unten? I'm pretty tired. Ich hab ne Axt drin. Ich glaub, der kann das. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, aber dann nicht. Ich bin unten in die Wasserflasche gehübt. Leute, seid ihr unten? Oh, hör doch auf. Nein, Flo, nicht töten. Ich schaff das. Siehst du, das Wasser wenigstens? Ich bin einmal, ich bin ins Wasser gefallen, aber ich bin auf die Kante gefallen, deswegen hab ich's dann leider nicht. Oh, Ronja, warum machst du das denn? Oh, Leute, ich hab's abgeholt. Okay, wir haben's wohl geschafft. Juhu, zweites Level. Meine Katze pöbelt. Meine Katze pöbelt. Was will die von der? Essen pöbelt die. Guck, wenn du jetzt hier... Ronja, warte. Guck mal. Geh in die richtige Räule rein, wo du willst, und dann lauf in Sprint in Richtung Dropper. Dann aktivierst du das Level. Siehst du's? Oh, 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 oh. Hier sind ganz viele kleine. What? Oh, das ist Popcorn. Wie geil. Der super Popcorn. Wo ist das Wasser? Hä, wo ist denn da Wasser? Ich seh hier überhaupt nichts. Da links unten. Ah, das ist auch. Links unten. Da ist ein verschütteter Becher. Ich seh's. Hä, aber das ist doch Quatsch und doof und ich bewege mich gar nicht. Da ist ein bisschen Popcorn in der Luft, Ronja. Das ist so... Mhmm. Ich kann gar nicht steuern, wie ich mich bewege im blöden Fall. Oh, ich hab's geschafft! Das ist richtig dumm und blöd und auch doof und macht mir auch null Spaß. Hast du alles. Ronja! Ja, es ist der Job, aber ich geh... Ich hab's geschafft! Ich schilfe dich! Ich hab einen, äh, einen Unfall gehabt, ich hab einen Ticket verloren. Kannst du's finden für mich? Oh, Schüsse! Okay. Ronja, du kannst dich doch ein bisschen anstrengen hier. Florian! Ich hab das Ticket gefunden von dem! Schild für dich! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Au! Und was mach ich mit dem Ticket jetzt? Äh, gib jetzt ihm einen Rechtsklick auf ihn, oder? Ja, oder? Ohne Mist, was das denn das? Hast du auch geschafft? Ich kann nicht lenken! Ich falle... Ich falle mal runter, aber ich kann nicht lenken. Wieso kann ich nicht lenken? Ja, Ronja hat's geschafft! Ronja, du bist voll gut! Lass es blau machen! Ja, lass es jetzt blau machen. Da kommt Freude auf bei blau. Da ist es wirklich... Hat dir auch irgendwie so... The dog flight! The dog fight! Ne, flight! Ah, die dog fight! Ne, das steht fight! Leute, das ist ein Flieger! Ahhhh! Wat? Warte, hier? Hä, wieso? Hä, wo müssen wir denn hin? Warum ist Dropper denn so eine verrotzte... Danke für nichts! Danke für nichts! Ich bin echt ganz gut ein Dropper! Ja, das ist schön für dich! Guck, ich hab am wenigsten Tode! Ja, weißt du wer am meisten Tode hat? Oh, ich hab's! 38! Freunde, du warst einen Block daneben! näh doch da war so ein Ped-web da musst du rein einfach in diese Kerneröffnerbahn am Anfang und dann dort wo wir stehen Das hobste noch rauf ok, das heißt, ich flieg jetzt einfach gerade runter und dann nenn meinen Tod Nein! Nein, nein, nein! Du hast es richtig ... genau richtig ich muss dich drauf bringen da wo ich bin Oh my god! nice Und jetzt müssen wir weiter gehen? ich weiß was jetzt ist Jetzt müssen wir, glaube ich, irgendwie runter. Ich glaube, hier ist sowas, wo du rein musst. Warte. Aber habt ihr es gesehen? Oh, das ist schwer. Guck mal, hier musst du rein. Hier musst du ran. Das ist richtig schwer hier, was du hier schaffen musst. Ja. Toll, Toll. Danke für nichts. Ich habe den Raumraum gemacht, ne? Ja, hast du. Warte! Wir werden ja nicht sterben. Ich bin gleich tot. Aber Ronja, du hast gesehen, es geht eigentlich, ne? Ja, ach, Tops. Jetzt habe ich den Raumraum gemacht. Ja, danke. Das ist echt nicht so schwer. Ja, das ist echt nicht so schwer. Ich bin hier nicht in der Sackgasse. Ey, das ist gar nichts. Sack, kein Wasser. Ist doch ein Ding. Oh, eine Idee? Nö, ich bin auch irgendwie woanders als hier. Ich bin stuck. Ich habe verloren. Meinst du diesen Eingang in der Mitte? Ja, muss Ronja springen runter. Ja, aber Ronja, wenn ich bin runter, ja. Ja, du weißt das. Also, du musst, wir waren schon richtig, wir müssen einfach nur gucken, dass wir hinten irgendwie reinkommen. Tick, tick. Ronja ist da. Kommt mal auf meine Seite. Ronja nach links, wenn du runter springst. Da musst du einfach Block für Block immer nur den, äh, Tops. Wenigstens Damage. Ja, 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 immer wo du am wenigsten Damage nimmst und dann bist du ganz runter. Dann bist du ganz runter. Ronja, siehst du Tops? Ja, genau. Ronja, unter dir. Äh, ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Und dann läuft das Rote. Perfekt. Du hast, du hast das gegnerische Flugzeug infiltriert. Oh, warte. Und jetzt hier, warte, warte. Warte, lass das Ronja machen. Oh, warte, 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 warte. Ich lass Ronja machen. Kann ich hier runter springen, ohne zu sterben? Wo bist du? Guck, guck mal, ob das nirgst, da. Immer nur auf den Nähersten und warte, bis dein Herzen sich heilen. Schaffst es. Das wird das erste Level, das du schaffst. Nee, der hat doch das andere auch noch geschafft, oder? Echt? Ja. Du musst mir an Ronja glauben, doch. Ja, ist echt so glaubbar an mich. Tops glaubt an mich. Halb bei dein Herzen. Tops baut auch nicht meine Sachen in Masterbilders einfach ab. Ey, Flo, dich, du kleiner, ekelhafter. Okay, warte, hier, 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 hinter dir. Okay, und jetzt? Dem musst du mit Shift-Rechst den Schalter abnehmen und das TNT springen. Hör auch auf, Tops. Geh raus, Flo, geh raus. Geh ich nicht, du kriegst mich auch nicht raus. Geh jetzt raus, doch. Das geht nicht mit Shift-Rechst-Klick. Doch. Doch, jetzt hast du was. Jetzt mal zu. Nice. Ronja hat's geschafft. Alles klar. Ja, easy. Also, ich würde sagen, Dropper-Experte könnte man mich schon fast nennen. Anni Braun haben wir schon. Ey, wir haben schon voll viele. Huch. Ah, irgendwie ist das der Bani. Oh mein Gott, was ist denn das? Ich hab's geschafft. Der Return. Okay, ich, 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 ich hab das. Oh, das ist ein Anspiel auf dem alten Level von dem. Oh, oh. Da unten ist Wolle. Du musst runterspringen und ganz am Ende S drücken. Ja, wahrscheinlich ist in Ordnung. Das ist schon wieder so eine Sache mit dem S drücken, ha? Das stört mich akut hier. Tops, was ist da unten? Oh mein Gott, guck. Ein ganz kleines Loch, wo du durchfallen musst. Ja, direkt hier, oder? Ohne bewegen. Ich bin so gut in Dropper. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben jetzt alle 47, einer 47, einer 27, einer 17. Ja. Okay, du musst durch dieses ganze kleine Loch. Au. Du musst dich nicht mehr bewegen. Du musst einfach... Wieder oben. Oh, und am Ende musst du W und S drücken. Das ist richtig schwer. Äh, mhm. Also einfach runter und dann W und S. Warte, warte, ich zeig's dir. Ich zeig's dir. Schau mal. Nee. So hier. Du musst nur in dem Block hier bleiben. Verstehst du? Diese eine Lücke. Ich verstehe. Vor, nicht zurück und am Ende W und S. Aber du musst in die Richtung gucken, wenn du springst. Ah, Gammel. In die Richtung. So. Und ganz nachdem du noch drin bist, wir... Nee, W und A. Och nö. Ich war vorhin andersrum. Ich bin direkt neben der Spinnenwebe gelandet. Ja, passiert halt. Och. Oh, ja. Du hast es geschafft. Ich habe schon so lange gewartet. Ich bin schon fast eingeschlafen. High five. Ja. Oh, so, Tobe ist auch geschafft. Schlafen. Und jetzt? Was machen wir? Jetzt haben wir gewonnen? High five. Wie high five? Oh, lol. Ich bin doof, ne? Oh, wow. Habt ihr auch so viel Spaß an Dropper wie ich? Hey, ich will den shit ganz witzig. Was? Ein Golfkurs. Nee. Es ist ein Schleimball bei dem Loch drin. Also ein Schleimblock. Warte, warte. Du musst... Wo die Flagge ist. Ich bin hier selber. Schrei nicht so laut. Vonja, lass mich schreien. Das ist mein... Ich komme da doch nicht hin. Ach, das war das, was ja manchmal mit Sprinten, dass man das machen muss, gell? Uff. Ich habe es. Oh nein, oh nein. Ich bin doch mal woanders gelandet. Du musst leeren, dass du irgendwie auf die Steinblecken drücken. Dann bouncest du nicht. Nee, Shift musst du drücken. Nee, leeren, dass du. Aber bei mir ist es vielleicht wieder anders. Nee, bei mir leeren, dass du da bist. Oh, das ist so unmöglich. Hast du Zeit für ein bisschen extremes Golf? Nein, ich habe keine Zeit für ein bisschen extremes Golf. Würdest du die neuen Eisen aus dem Dings hier holen? Ja, was soll ich damit machen? Oh, lol. Ja, danke. Jetzt müssen wir links. Okay, warte ganz kurz. Ich bin zurück. Ronja, hast du immer noch einen Ohr von Take On Me? Nein. So, Ronja, ich mache es. Take me on... Okay, warte. Ja. Alles klar, Lila für die Liebe, Ronja. Oh, das ist Star Wars. Wo ist das Star Wars? Da steht die dunkle Seite. Oh, du musst... Also wahrscheinlich das. Ja, ich habe es. Okay, wo ist denn da was? Okay. Muss man in die Lava fallen? Durch die Lava durch? Zuerst links oben in die vordere Lava. Dann rechts oben. Ah, okay. Aber man muss durch die Lava durch? Ja. Das ist ja ganz kriminell. Und dann links ins Lichtschwert. Ne, nicht ins Lichtschwert. Hä? Das ist ja voll... Rigged. Oh, ich komme nicht in das Schwert rein. Irgendwie komme ich da nicht rein. Ich habe keine Ahnung wie. Versuch zu sprinten. Ich versuche... Ich sprint schon. Oh, das ist echt schwer. Aber ich schaffe es auch nicht. Gut, gut. Lass ihn durch die Storch gehen. Benutze eine... Ah, wir tun es dann gut, Alter. Ah, okay. Ja, ja, juhu. Wir haben es geschafft. Oh, ja, he, he, he. Okay, es ist das erste Mal, dass ich das nicht geschafft habe. Gelb! Ey, wir haben es fast durch. Ja, es ist quasi auch das erste Mal, dass ich das... Oh, mein Gott. Alter, was? Ich habe es geschafft. An alle Epileptiker, es tut mir leid. Du musst dich nicht mehr bewegen. Hey, du mal. Ich habe es first strike geschafft. Das ist ja schön für dich. Alter. Der effekt BTF. Hey, warum? Ich habe es geschafft. Ronja doch. Ja, schau mal her. Guck mal hier hoch. Autschi. Und jetzt? Haben wir jetzt gewonnen? Äh, ich weiß nicht. Hier müssen wir... Hä, wie gesagt! Das ist ein Pinn. Ronja, wir sind besser aus Tops zum ersten Mal. Oder du. Oder quasi für Dropper. Ich muss sagen, Tops tolt nicht auf mit den Toten, Ronja. Ja, ich habe 69. Ähm. Okay, schnell. Wir müssen ihn schnell wiederbeleben. Ich weiß aber nicht, wie es geht. Vielleicht hat es damit was zu tun. Nimm das. Tops ist ein Quellen. Spark. Ein Roboter-Teil. Aber wir müssen den Roboter wiederbeleben. Das ist... Das ist aus... Das ist aus... Ach so, das supporte ich doch nicht. Hier unten ist irgendwas. Hier ist Core. Mach das da rein. Oder? Oh, nice. Oh, nice. Da habe ich einmal mit... Oh, letztes Level. Auf geht's. Oh. Ja. Oh, das geht am Anfang. Wie ist ein Kopfweb? Oh, ja. Oh, das sieht man doch gar nicht. Ich hasse die... Ich hasse diese Version. Warum denn? Wir alle hassen diese Version. Weil sie leckt. Keine Ahnung, was ist bei ihr. Ich kann auch Tiefe gar nicht einschätzen. So, so gar nicht, ne? Ja, aber das habe ich nicht gemacht. Ja, das ist voll... Mist. Ihr müsst am Anfang aufs Kopfweb direkt. Wo geht's hier unten? Genau. Da, wo ich bin. Nein, das ist Donkey Kong. Okay, ich warte jetzt erstmal hier. Wissen Sie, wo man hin muss? Ja, nach links. Aber dann... Oh, ja. Diese Legs. Ey, das ist richtig eklig. Wann ja, wohin? Nach links ist... Entschuldigt doch Optifine. Ich habe auch keinen Optifine, weil mir leckt es aber auch nicht. Oh, nein! Nein! Das ist schwer. Das ist richtig schwer. Das ist richtig... Es ist einfach... Oh, ich hab's geschafft. Ernsthaft! Ja, den Sprung. Aber nicht das ganze Level. Ich auch! Boah, wieso geht... Komm nicht, aus! Spinnenweben. Okay, jetzt? Okay, wo geht's weiter? Es ist locker irgendwo noch ein weiterer Spinnenweben. Also, schau mal. Okay, dann sage ich. Mein Scanner Black. So, ich bin jetzt mal eine Etage tiefer gegangen. Okay, ich suche hier weiterhin nach einem... Flo, du bist doch ein Penner, Alter! Hast du schlur gemacht? Was? Florian! Es war zu gut. Tops, hör doch auf. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Ich weiß hier nicht, was man jetzt hier machen soll. Ich weiß auch nicht, wo sie weitergeht. Es sind aber keine Cobwebs. Okay, ich guck jetzt mal. Blöd und auch doof und irgendwie. Ja, ich muss sagen, eigentlich ist es ganz witzig hier. Nee. Bei euch. Achso. Nee, ich hasse es. Also, ich hasse Dropper. Hä, warum denn? Das ist doch voll der gute Spielmodus. Nee. Voll Spaß auf, sind die Nürngrä. Nee. Ich bin ganz unten eingekommen, aber da ist nur Boden. Ich glaube, du musst auch ganz runter. Aber da ist nur Boden. Nee, warte mal. Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Ich sage, die Spinnenweben sind bald. Wo musst du denn hin? Ich scanne gerade unter meinen Bereich. Und er wackelt hier. Ich sage, es ist unten ganz links. Oh mein Gott. Wir haben Wasser, wir haben Wasser, wir haben Wasser, Ronja. Oh mein Gott, ihr habt mich aufgefallen. Ja, doch, hier ist Wasser. Links unten ist Wasser. Okay, wusste ich. Habe ich gerade legit gesagt. Bei dem bunten Lego-Stein, gell? Nein, das ist so ein blauer Stein. Alter. Die Koppen sind wirklich nur bait, glaube ich. Warum? Ich habe keine Angst, Ronja. Aber siehst du wenigstens den Dings? Ja, ich habe es als erstes gesagt. Ich dachte, du hast den Koppen gesehen. Nein, ich habe gesagt, ganz unten links. Aber du hörst mir ja nicht zu, mein Freund der Sonne. Ja, aber ich habe nicht ge... Welches links? Wenn dann bei Flo, ne? Also, wir wollen ja schon richtig bleiben, Ronja. Ich weiß nicht, ob das rechte links oder das linke links. Oh nein. Ich meine unten links. Und was nimmst du? Wir haben es vollzogen. Hey, hier oben. Guck mal, da oben ist wer. Kuhmagnet sagt, hey, ich bin hier oben. Gut gemacht, ihr habt alle Dropper geschafft. Ja, haben wir. Ja, jetzt haben wir die blaue Wolle. Irgendwie habe ich das Gefühl, es war es noch nicht. Hier we go. Ich werde jetzt hier noch einen Dropper im Boden. Und wir müssen die Wolle fangen. Oh nein. Nee, oder? Nee. Hm, wie funktioniert das jetzt? Oh, ich weiß. Äh, äh. Hä? Jetzt springen wir hoch zu ihm, oder? Oh. Ja, das ist richtig wild. Upsi Daisy. Mit rechts geht, kann man ihm nehmen, oder? Ja, ich so schiff rechts geht, ist schwer. Oh, ja. Nein, ist perfekt. Perfekt. Und rein damit. Jetzt schmeiß ich die blaue Wolle einfach runter. Spaß. Spaß. Toff, das ist Spaßvogel. Ah, Spaßfuchs. Analysiere Item, bitte zurücktreten. Oh, Topf, pass auf, jetzt kommt's. Ich will Topf sind abgeschossen. Den kriege ich. Ich fang ihn. Dung. Oha. Ja, gut. Ich würde sagen, dann war's mit dieser hoch erfolgreichen Folge von Minecraft Diversity inklusive Dropper. Ehm, Spaß. Tupf sind. Wenn's euch aus irgendeinem Grund gefallen haben sollte, dann könnt ihr gerne einen Daumen hochdrücken. Ansonsten freue ich mich über zahlreiche, ich hasse Dropper, auch Kommentare. Apfelwasser. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao!